Golfen bei jedem Wetter? Indoor-Golf in Patenburg. Kommt, ich zeige euch unsere Anlage. In der Indoor-Anlage im Golfclub Gutshof Patenburg haben Sie die Möglichkeit, auf über 200 Quadratmeter in der kalten und dunklen Jahreszeit Ihrem Hobby in angenehmer Atmosphäre nachzugehen. Auf zwei Simulatoren können Sie 20 der schönsten Golfplätze spielen. Ob Sie eine entspannte Runde in St. Andrews buchen oder die Herausforderung auf dem Mastersplatz in Augusta annehmen, wir haben für jede Spielstärke den richtigen Platz im Angebot. Vielleicht möchten Sie den Winter dazu nutzen, an Ihrem Golfspiel zu arbeiten. Die Golfschule in Patenburg unterrichtet mit modernsten Geräten und nach den neuesten Erkenntnissen. Wir erstellen mit Ihnen zusammen Ihren persönlichen Trainingsplan. Auch für ihr leibliches Wohl wird besorgt. Das Team vom Restaurant Gutshof versorgt Sie während Ihrer Golfrunde mit heißen und kalten Getränken und verschiedenen Snacks Ihrer Wahl. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie! Kommen Sie beim nächsten Mal. Schnellen Siem